Hallo zusammen! Hallo zusammen! Wir sind eine ganze D-Chats und das ist DOSCHE! Hey girl, work it, work it, you make me wanna hurt it, the way you movin' it, it's makin' me hold it! I'm watchin' what I do best in front, 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 give our babies a little group, songs then I always will tell you So, wir sind jetzt gerade angekommen, seid ihr das erste Mal in Basel oder in der Schweiz? Nein, wir waren schon das Öfterin in der Schweiz, wir haben schon ziemlich überall gespielt in der Schweiz, Octa Q, Mad und in Basel waren wir auch schon oft, aber in Lausen sind wir zum ersten Mal heute und dann werden wir richtig abrocken mit den Leuten! Wir haben gerade eben schon gesehen, die Halle ist brechend voll und ich denke, es wird eine absolute Hammerparty, also ich habe da keine Bedenken. Was sind eure neuen Projekte, was ihr geplant habt? Also wir arbeiten gerade im Studio, wir werden die neue Houseworks Compilation machen, das wird für uns ein kleines Pre-Release von unserem Album, wir haben jetzt mit verschiedenen Künstlern gearbeitet, aus Schweden, aus Hamburg, aus Amerika. Habt ihr mit dem DJ Antoine auch mal wieder was geplant? Ja, wir werden wahrscheinlich für sein Album 2013 Sky is the Limit, für die Remix Edition werden wir wahrscheinlich ein bis zwei Remixes beisteuern, aber momentan fixieren wir uns auf unsere eigene CD. Wir werden alle Hände hochziehen, alle Hände hochziehen, yeah! Wir gehen zum Punkt! Brutal, es ist absolut die ganze Wahl! 2013, Leute, schaut euch das an, der Hammer! Das ist die Musik für die Real House People. Es ist fucking grand! Grand, 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 Grand. Right you people, what's up? We are The House Shaker in the Place. And this is Ocean 2013. Are you ready? Yes! Ocean Party, Laos and Vasquezine! Right on the candle three. I want everybody in the house to jump. No! 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 Sogar aus dem Deutschen kommen sie gar weiss an Ocean. Wir sind die Kusen, wenn wir kusen, wenn wir durch die City düsen. Wir sind die Kusen, wenn die Ladies uns mit Küsschen grüsen. Wir sind die Kusen, wenn wir kusen, wenn wir... Wir sind aus Deutschland, wie gedacht. Wir sind die Kusen, wie am Kusen. Wir haben jetzt die Delegance an DJs hier. Und ich stelle ihnen mal ein paar Fragen. Wir sind das erste Mal hier in Basel. Wir waren auch schon in Basel. Aber ob es in dieser Dimension natürlich gigantisch ist. Was ist euch wichtig beim Augelegen? Dass wir die Leute animieren können und dass sie abgehen können. Welcome, Eleganza DJs! Eleganza DJ! Ein Witz! Ein Witz! Elend, das ist kein Spiel! Ein Witz! Ein Witz! Bei uns haben wir jetzt den Faruk von Swiss Music, er ist der Manager von Eleganza DJs. Was sind deine weiteren Projekte mit Eleganza? Die nächsten sind die Sommertour in der Schweiz. Es sind sehr viele Anfragen von Ibiza von Deutschland, bei den House Shakers natürlich. Im Winter kommt neu mit Cido. Wenn du mich auch liebst, dann mach ihn auf den Mund, hier kommt eine Ladung. Richtig, ich bin Cido. Ocean, Swiss Music und House Shaker, Eleganza DJs, voll ganz nütz. Das war eine mega Party, nächste Party, wir sind sicher wieder der B, Rock'n'Roll Baby. Musik Ocean! K 18 $ $ Untertitelung des ZDF, 2020